Generell bin ich lieber Trainer, aber der Dreh hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war mal eine Abwechslung und für mich war es einfach das Wichtigste, dass die Geschichte meinem Charakter entspricht. Das heißt, ich habe eine hohe Eigenmotivation, aber motiviere auch gerne Spieler oder andere Mitmenschen. Das war in diesem Dreh gegeben und es war ein gutes Team. Wir hatten eine gute Kommunikation gehabt, was auch wichtig ist, dass das Umfeld passt und Spaß war im Vordergrund, aber auch ein großer Aufwand, der betrieben wird. Wir haben für diesen kurzen Dreh, für diese 15 Sekunden den ganzen Tag gedreht, also von morgens um acht bis abends spät um zehn und alle waren hochmotiviert und das hat mir gefallen. Deshalb machen wir solche Geschichten dann auch mal neben der Trainertätigkeit extrem viel Spaß.